Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Waldgeschichten, meine lieben Freunde und Unternehmen. Ja, heute am Stark Zwiebel, Mähne und meine Wenigkeit, Ropsen heute leider verhindert. Ja, sein Penis ist krank. Robby der Bobby. Ja, er steht kurz vorm Abfallen und wir haben uns dann darauf geeinigt, er soll lieber gucken, dass der dranbleibt. Die Frucht seines Penises krank. Ja. Und das ist noch nicht mal gelogen. Sozusagen die Frucht seiner Hüften, seiner Lenden. Ach sorry, ich dachte du bist der Typ. Sorry, war nicht extra, da ist er nämlich. Mach doch den nochmal fettig her. So. Macht er. So, Kniescheibe nochmal penetrieren. Okay, wir wollten, ähm, waren wir in der Höhle, die wir sehen? Wir wollten zu der Höhle, die man da sieht, genau. Achso, ja. Du bist ja auch so ein richtig altes. Weil ihr mir nicht geglaubt habt, dass wir die Höhle schon erkundet hatten. Wird es gerade dunkler oder wird es gerade hell? Ich glaube, es wird dunkel. Scheiße, dann lass uns da unten nochmal pennen, Mann. Also. Wir können doch ein neues Zelt machen. Lass da mal ein Stück weiter noch. Oh, jetzt lassen wir überall die Folien hier liegen. Die verrotten doch nicht, Mann. Die sind in tausend Jahren immer noch. Diese Insel ist mehr als verrottet. Ach, hör doch auf. Da wird so eine Folie nichts mehr am Passen. Ja, ein bisschen Wertschöpfung und so. Entschuldige mal. Denk doch mal an die nachfolgende Generation. Ja, insgesamt sind wir natürlich immer noch auf der Suche nach neuen Höhlen, Bunkern und Aloe Vera. Ja. Blödes Drecks Aloe Vera. Ja, wir haben alle schon komplett wunde Rosetten von der ganzen Abwischerei mit diesen harten Blättern. Deswegen brauchen wir dringend ein bisschen Pflege. Ja, Aloe. Ja, jetzt wird es langsam duster hier. Sag ich doch. Ja, wir gehen an den See und dann machen wir uns ein schönes Sheldr. Ein Sheldr. Ein Sheldr. An See für ein Sheldr. Okay. Vielleicht gibt es da noch ein paar Fischen. Mir fällt auch gerade ein bisschen, was wir auch immer noch nicht gezockt haben, was wahrscheinlich auch jetzt schon ganz anders ist. Ja, komm, erzähl mal. Dieses eine Mittelalter. Ach, das? Ne, Vikings. Heißt das Vikings? Ja, das haben wir wirklich nie gezockt. Das ist aber schon wieder out. Da gibt es schon wieder potenzielle Nachfolger. Ne, so out ist es gar nicht. Weil vor allen Dingen, das hat, wird ja, hat das nicht jetzt erst Beta verlassen oder so? Oder Early Access? Das weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Aber es gibt doch schon diesen Nachfolger, warte mal, wie heißt der? Das habe ich jetzt in meiner, in meinem Feed gesehen. Ich komme nicht drauf. Hier ist das Zelt. Ganze kann man sich auf Steam vorregistrieren. Ich habe vergessen, wie es heißt. Schreibt es mal die Kommentare. Selt steht. Wo steht es? Ja, drüben. Ach, da drüben. Boah, das tust du es. Jetzt habe ich aber auch gerade einen Grafikpack gehabt. Sowas aber auch. Sowas, da geht ja mal. Ich schlafe meine Freunde. Nein, gute Nacht. Ja, schlafe gut. Hübsi lohnt. Geil. Okay. Ah, und es ist wieder hell. Guck mal hier, hast du schön die Baumpocken hier. Kann man die nicht abmachen? Schönes Frühstück hier. Ach so, Frühstück stimmt ja. Musst du was futtern hier. Ach so, ja. Ich bin auch schon hart am Dursten hier. Ja, Rahmennudeln. Rahmennudeln gehen immer schön trocken. Nichts mehr drin oder was? Hier, mach voll. Ach scheiße, ich hätte mal einfach die Flasche voll machen können. Kannst du doch hier am Bach machen. Ja, ich habe sie vergessen, gell. Okay, das hieß, wenn das Bier wäre, wäre die Miele, oder? Aber die Dosen, die Dosen habe ich gesoffen. Ja, mei. Die Dosen. Ja, pfui teifig. Die Dosen. Übrigens, Prost, Leute. Augi, hier heute mal wieder am Start. Jawohl. Ich trinkt, du trinkst nichts mehr. Ja, aber er sagt ja nicht mehr. Hat er sich wieder selbst belogen. So, da gehen wir mal da hinten zur Höhle. Nee, warte mal, ich muss hier noch einmal Rahmennudeln in mich reinrahmen. Ja, okay, rahmen die mal. Und dazu machen wir noch ein Miel, ein Happy. Schildkröte. So, aber jetzt mal ehrlich, mit dem Aloe Vera. Mal von der Höhle jetzt abgesehen, die wir jetzt... Ja, 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 ja. Ja, der Grafik nochmal geschraubt. Das sieht irgendwie gerade richtig nice aus hier. Ja, finde ich aber auch. Das sieht echt schön aus, ey. Grafik Bugs. Ups, Entschuldigung. Grafik Bugs. Mildbröckchen heute, Mildbröckchen. Kannst nicht mehr Heidelbeeren tragen. Das sind also nur Heidelbeeren. Ich kann es aber essen. Ja, ich weiß, habe ich schon. Aber hier, warte mal, kann man hier mit den Seerosen was machen? Nein. Mal hier, Fragezeichen. Schneebären habe ich jetzt hier gefunden. Ja, ich habe auch Kräuterseitlinge schon gefunden. Oh, da wird die schlecht. Die darfst du nicht essen. Wen? Die Schneebären. Das sind so weiße, weiße Bären. So weiße. Das weiße Bären. Die sind so überschlau. So eine Scheiße mit die weiße Bären. Bohnbeere. Was ist Brom? Sie sind wie Cheaps, gell? Ja, aber. Oh. Okay, so. Seit wann bist du eigentlich so ein Weißhaargorilla da, so ein Mähne? Ich glaube, das ist jedes Mal, wenn man sich einloggt, neu. Ach so. Okay. Äh, äh, äh. Du bist heute zum Beispiel so ein 0815, äh, äh. So ein random. So ein 0815 weißer Typ sozusagen. Alles klar. Äh, wo? Könnte es auch ein NPC sein, sagen wir es mal so. Alles klar. Äh, wo? Aloe Vera. Vera am Mittag, würde ich sagen. So, wir sind hier an der Höhle angelangt. Ja. Ich geh mal rein. Dieser war zu. Und dann schauen wir mal, ob wir da schon mal waren oder nicht. Du, machen wir. Wir waren mal. Quetsch, komm Dicker, quetsch dich durch. Ja. Bin mir super sicher. So, ah, Prost. Echt, warst du wieder so kurz vorm Aufhören? Und hast dann deinem, hast du einen Rückfall erlitten, ja? Wer denn? Na du. Wovon redest du? Ein Augerütfer. Ein Augerütfer. Ich hab noch nie mit irgendwas aufgehört. Ich leb nur einmal. Ich mach mir keine Restriktion. Oh geil, ich hab Munition gefunden für meine Knarre. Wo? Hier, 9mm bei diesem Skelett hier. Der kommt dir bis jetzt bekannt vor, Mene? Ähm, das ist... Düster und, äh, es gibt Tote, also... Düster warst du ein Mönchchen, Helle. Das ist die Schaufelhöhle vielleicht. Die könnte ich noch gebrauchen. Eider Dose. Ähm, ne, die Schaufelhöhle war doch die, wo man an diesem kleinen, in diesem kleinen See startet. Wir sind auf jeden Fall so Malereien. Ja, das kommt mir bekannt vor. Das kennen wir, hier waren wir schon, die Malereien, genau. Ja, die kennen wir die. Ach, hier hängt doch die, das ist die Goldrüstung. Ja, das ist die Goldrüstungshöhle. Also die komplett sinnlose, ja. Ja, die will ich aber auch noch haben. Die willst du nicht haben, die bringen überhaupt nichts. Nein, das ist doch egal. Ja, aber die Höhle war dafür echt ziemlich krass. Ich hab schon so einen gewissen, äh, Geltungsbedürfnis und Gruppenzwang durch euch, ne? Ist klar. Frisst ihr den jetzt, oder was? Äh, ne. Ne, man kann dem doch die Haut abziehen. Ach so, stimmt. Ja, Entschuldigung. Und jetzt schlepp ich den da mit mir rum, oder was? Ja, was machen wir jetzt? Wollen wir hier trotzdem durch, oder nicht? Also ich würd's, ich würd's aus, ich würd's nicht. Ähm, ich würd lieber Aloe Vera suchen. Aber, ähm, Demokratie. Ist denn das jetzt hier irgendwie, bestätigt, dass es die gibt, oder ist das hier so ein Herbaler Jazz? Wir müssen nicht Aloe Vera, so, das ist das Blödsinn. Wir müssen neue Höhlen suchen und sowas. Ach so, okay. Ich bin mir, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher, ob wir jetzt hier waren oder nicht. Zwiebel, vorsichtig, da ist einer. Ah! Ja. Wir können ja einen Schnellrun machen, wir rennen einfach durch. Ohne zu fighten. Boah, was für ein Asselkorb, Alter. Speedrun, Dale. Los geht's. Wir halten uns rechts. Rechts? Ist mir was bekannt vor. Wenn da dieser See kommt, dann können wir umkehren. Dann ist es wirklich... Was ist das? Das war nur Spritflaschen. Also ich seh halt überhaupt nichts. Ich muss das mal... Hier musste man tauchen. Wir brauchen mal ne Fackel. Dann tauchen wir direkt mal durch. Okay. Seid ihr hinter mir? Ja. Fackel. Ne, ich nicht. Ich will die Fackel überwachter Scheißrauchen, Mann, ey. Hochend, Buck. Thermorlog ist auch mit dabei. Jetzt geht's ja natürlich aus, weil ich tauchen muss. Ah, ich bin... Das ist so du für eine Scheiß Fackel, ey. Und das kommt mir bekannt vor. Ich frage mich, warum ihr da links seid, wenn wir rechts gehen wollen. Aber es gibt wahrscheinlich nur den einen Weg. Aber war das nicht die Höhle, wo man unter Wasser ne Abzweigung hatte? Ja, hier waren wir. Hier haben wir im Wasser gefaltet. Ja. Wehe, der nimmt jetzt die Fackel nicht selber in die Hand. Da hast du aber Glück. Sollen wir mal wieder raus? Wenn wir mal in der Rutschpartie kommen. Ich hab hier liegen noch Granaten rum. Ja. Uh. Uh. Burn, baby. Tot. Fui, Daibel. Ne. Immer noch? Ne, der ist buggy. Der ist buggy. Was ist denn draufgesprungen und ausgeweilt? Mutantenrüstung collected, Junge. Da ist noch einer. Oh. Burn, baby. Ich bin zündet. Ich muss noch mal Medizin nehmen. Geht's nicht so gut. Ich mach mir mal kurz hier ne Rüssi. Ich hab gar keine Medis mehr. Ich hab auch keine Medis mehr jetzt. So gut wie keine mehr. Da vorne ist noch einer, oder? Ne, das ist ein Stalag. Irgendwas. Ja, hier muss man hochklettern. Also hier waren wir auf jeden Fall. Ja, und nun? Gehen wir mal weiter. Jetzt sind wir einmal so weit, ne? Ist halt blöd. Alter, stehe ich doch mal zu, Junge. Komm. Wollt ihr weiter? Ja. Wollt ihr weiter? Jetzt sind wir einmal hier. Ja, keine Ahnung, aber da kommen diese ganzen Rutschpartien noch, ne? Ja, hier geht's jetzt los mit diesem Scheiß. Was denn für'n Scheiß? Aber du grad lang gehst. Ich weiß nicht, du hast mich erstreckt, sondern das scheiß Sound, Alter. Da kommt der alte Mann um die Ecke. Hörst du das, Uff? Ich denke, wir wollen rechts uns halten. Es ist schon längst... Das ist mehr, ja, da ist noch einer. Ne, das bist du, Entschuldigung. Hier geht's weiter, wo ich bin. Sie haben nicht gleich auch diese richtig heftigen Gegner, wo wir ja jetzt gleich wahrscheinlich unsere ganze Muni verbraten werden. Ich weiß es nicht. Ich hab, glaub ich, nicht so viel Schuss in der Kniffte. Ich glaube, wir konnten die ganz gut mit Handkammer hatten. Hier ist Rutschpartie. Hier ist Rutschpartie. Rutschpartie. Ja, rutsch mal vor. Sollen wir oder nicht? Komm, wir sollen. Was soll's? Gar kein Bock. War das nur für'n Zwiebel? Ja. Wenn wir alles vorspulen, braucht ihr die Folgen nicht gucken. Da musst du überhaupt nichts machen hier, oder musst du dich erlenken, oder was? Nö, einfach rutschen. Soll's jetzt rufen. Ah, geht das tief runter. Huia, huu. Ach so, okay. Mein Arsch, mein Hintern. Schön durchgespült bis zur Nebenhöhle. Hm, ist aber schon schön hier. Aber hatten wir nicht Glück, nur wieder rausgefunden zu haben? Oh nein. Ich hab gar keinen Bock. Warum haben wir das getan? Warum? Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, nichts. Ich erinnere mich nur daran, dass wir ewig gebraucht haben, um hier überhaupt wieder rauszufinden. Ach so. Gibt's hier eigentlich sowas wie Taschenlampen? Ja. Oder mal irgendwie ein bisschen... Hier ist so ein krasser, hier ist so ein krasser. Ich seh' nicht. Ja, bleib mal da. Ich pack mal meine Knarre aus. Da kommt er. Ja, wo denn? Oh. Jetzt brennt er, damit man ne sieht, hier. Haben ihn angezündet. Okay, keine Muni mehr. Okay, keine Muni mehr. Ist schon down. Ist schon down. Brauchst nicht mehr Strom hier drauf machen. So. Okay, das waren aber nicht wirklich viele Schuss. Hast du geschossen? Ich hab gar nicht mitbekommen vom Schießen. Ich hab auch nichts gehört. Ich hab extra mit meiner Dirty Harry-Knarre geschossen. Dirty Harry. Dirty Harry, genau. Dirty Harry. Hol doch schon mal den Wagen, Harry. Dirty Harry, Harry. Dirty Harry, Mann. So. Wir halten uns links. Wir sind da sehr variabel. Huch. Runtergefallen. Oh, ihr macht aber einen Ratenrichtet-Bäuerchen, ne? Höhlen, Speedrun. Höhlen, Speedrun. Speedrun, Höhle. Oh, Baby, Baby. Was gibt's denn hier? Münzen. Münzen. Ich brauch Munition. Münzen ist doch wie Munition. Munition für die Zeitbombe. Du sollst so ertauchen oder was? Quasi. Muss man die Flasche wieder auffüllen eigentlich oder macht er das automatisch? Deine Sauerstoffflasche? Ja. Wenn du eine neue einsammelst, dann ist die automatisch dann wieder voll. Ne. Ne. Ich reile das nicht mit dem Ohr. Habe ich noch nie drauf geguckt. Das Ding hast du ja nur mitten im Gesicht eigentlich. Ja, habe ich trotzdem noch nie drauf geguckt. Funktioniert einfach immer. Warum tauchen wir eigentlich? Wir können ja hier schwimmen. Weiß ich nicht. Sackgäßle. Hä? War hier immer eine Sackgäßle? Ne, hier weiter schwimmen geradeaus. Unten tauchen. Deswegen tauchen wir. Sackgäßle. Das Speedrun, Ölenspeedrun hier heute, Freunde. Jetzt geht's links und rechts. Das machen nur die richtig krassen Leute. Kennt ihr krasse Leute? Ich kenne welche. Sie heißen Mähne und Zwiebelpeter. Und Brilli Bich. Die krassen Leute. Er kancel mich selber. Ich cancel mich selber. Du kancelst dich selber, ja. Warte mal. Wartet mal ganz kurz. Ja. Ich will mal kurz gucken. Ja. Ja. Hier. Was guckt er denn? Ah, ah ja. Das ist ja interessant. Oh, da war noch was drin. Scheiße. Okay. Okay. Zum Glück stand ich jetzt nicht neben dir. Ich glaube, hier kamen die krassen Gegner, oder? Irgendwie kommt mir das hier so vor. Man kann doch gar nicht. Ich glaube, hier war die Rüstung. Aber ich sehe hier mit der Fackel überhaupt nichts. Wie seht ihr denn mit der Fackel was? Hä? Die blende dich teilweise mehr als alles andere. Hier ist komplette Sackgasse, wo wir gerade sind. Ne, das kann nicht sein. Sackgäßle. Ich will wieder meine Taschenlampe. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Hier, wo ich bin. Hier. Hier liegt so ein Typ. Und wer ist er? Ja. Ach, hallo. Geh weiter. Schorsch, wie bist du dich? Ja, dann ist doch hier die... Dann ist doch hier... War das nicht hier irgendwo die goldene Rüstung, ne? Hier. Siebel. Ja. Hier. Glaube ich. Ja. Ah, ja. Hier war die. Gold Rüstung collected. Ja, nice. Dann hast du die jetzt also auch. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich freue mich. Allerdings ist es immer noch die Frage, wie wir hier wieder rauskommen. Ich freue mich so. Hier ist ein Seil. Ja, genau. Wo der Mene steht. Ja, aber wir dürfen jetzt nicht wieder diesen Fehler machen. Ja. Welchen Fehler? Ich bin da irgendwo runtergerutscht. Ach so. Runtergerutscht und es war keine... Ah, ich sag's euch. Mal kurz das Follchen machen am Sagen. Ich bin durch deinen Hintern gerutscht. Ah. Das ist sehr komisch. Hello. Trotz aller Freundschaft muss man sich gewisse Sachen doch... Is it you? Is it you? I'm looking for... Ich rutsche. Nein. Warum denn? Alter, bist du dumm? Warum rutsche ich denn da runter? Bist du tot? Weiß ich nicht. Nee, hold eh to respawn. Könnt ihr mich noch holen? Ach du Scheiße. Wie komme ich jetzt da runter? Ich bin schon... Brille, geh du mal den Seil wieder runter. Ich bin schon weiter oben. Bei mir dautschen. Nein, nein. Ich hab meine Finger an der Bierflasche. Also weit weg von eh. Ey, wieso rutscht denn der da runter? Der war schon oben, der Knaller. Ja, Physik-Engine. Ist nicht so dein. Danke. Nee, ich meinte danke fürs Wiederholen. Ja. Macht ja nix. Ich muss dann oben, aber bitte mal kurz was essen. Hello. Der Rapsen hat aber so geschrieben, ey. Nö. Njam, njam, njam. So, wie war das denn? Was ist denn das hier? Energie-Mitschung. Ach so, die habe ich gebastelt. Tier-Haut-Rüstung. Was halten ihr jetzt hin? Das nächste Seil. Ja, ich erst mal was. Nehme ich mal Medizin. Vielleicht nicht schlecht. Hallo. Wie lange ist denn dieses Seil? Da weißt du ja auch nicht, was der da frisst irgendwie hier. Ey, Emby. Gibt es denn noch irgendeine Alternative zur Medizin eigentlich? Zu den Pillen? Hallo, Ivera. Deswegen suchen wir das ja. Ach so. Alter, das ist lang hier. Aber wenn du, du kannst mal gucken, manchmal findet man so Lederbeutel. Wenn du die aufmachst, da ist zum Beispiel Medizin manchmal drin. Ah, okay. Da habe ich nämlich noch ein paar, die konnte ich nicht aufmachen. Stimmt. Danke für den Hinweis. Bitte schön. Sehr freundlich. Ich kann diese Lederdinger eh nicht aufmachen. Warum? Weiß ich nicht warum. Hello. Da war ich mal ein stabiles Seil, was hier hängt. Sag mal, sag... Ratet mal, was dann kommt nach dem zweiten Seil. Noch ein Seil. Richtig. Ich gehe schon mal vor. Zwiebel. Ja, Zwiebel, der kommt hier. Geht nicht nur noch der Arme, wenn du hier einarmig hochkrabbelst. Da ist was runtergefallen, glaube ich. Klang so. Meine. So, jetzt bin ich hier um. Ganz um. Gibt es ja wieder auch Seilen. Viertes? Nee. Dritte Seil. Die Rutschpartie wieder ganz nach unten. Ja, ich glaube, ne? Hier gibt es aber nur Scheiße, wa? Hier liegt ja nichts rum, außer Schädel. Schädel. Schädelwee. Schädelmaniac. Maniac. Oh, Schädelmann. Wo bist du, wenn ich dich heute brauchen kann? Hier hat man auf jeden Fall wieder Wasser zum Tauchen. Wasser. 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 Ich bin sehr böde. Ich bin ein bisschen blöde. Ich bin ein Affe. Ich bin ein Affe. Süß. Ach, schön. Hoppla. Ach ja. Ja, klar. Wir durchlaufen in unseren kleinen Schnackschuhen hier. Klick, klack, klack. Ach, wieder Tauchen. Irgendwohin. Einfach mir so bei gerannt. Das Wibbel ist auch da. Also, so schnell. Mal runter. Hallo. Wenn ihr alleine auf so einer Insel werdet, würdet ihr am Strand einfach bleiben oder würdet ihr in die ganzen Höhlen? Oh, auf gar keinen Fall. Nee, never. Ich würde mir so eine schöne Bucht suchen. Mega Sonnenuntergang und so. Und Fische und, also. Wahrscheinlich würde ich mir so derbe einscheißen, wenn ich das erste Mal so einen Affen am Baum hängen sehe. Wo willst du hin? Ich guck mir gerade um. Ah ja. Das ist aus, als wäre hier was, aber ist nix. Wasser. Water. Ist das schön? Äh, trafsteihö. Würdest du dich auf Erkundung gehen? Äh, nee. Ich würde mir direkt einfach die Kugel geben. Was? Man würde sich für so eine Nacht überleben, wenn so ein Typ ankommt. Weiß ich nicht. Mit Verrücktheit kommt man denen nicht weit. Das ist halt die Frage, ob die denn auch so einen Knopf an der Backe quatschen und die dann sagen, ey komm, lass gut sein, Junge. Wir wollen dich ja schon nicht mehr fressen, das ist okay. Ja, nee, mach den Kopf zu, ist okay. Okay. Ey, der gibt aber richtig Gas, wenn er beide Hände frei hat, ne? Ja. Ja. Wie Ingeräum. Äh, 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 äh. Äh, jetzt ging das immer schon so weit hoch? Hm. An vier Seile kann ich mich nicht erinnern. Na! Was? Ja. Was ist? Äh, wo seid denn ihr abgebogen? Wo bist du denn? Ich bin weiter hochgekrabbelt. Ja, bis sind wir auch. Achso. Da bist du doch. Jetzt sah anders aus. Das ist aber auch kein anderer Weg. Nö. Grüß dich. Hi. Tschö. Oh. Ah! Oh, fuck. Was ist? Na, hier ist doch ein Typ. Bist du gerade am battlen, oder wenn? Ja, ich brauche eure Hilfe. Ja, wir sind schon da. Warum rennt es nur so weit vor, Junge? Hör den Speedrun. Es sind drei oder vier. Also drei habe ich auf jeden Fall gesehen. Okay. Oh, der lebt noch. Ne, doch nicht. Ich habe leider keine Muni mehr an der Kniffte. Ah, der ist schon tot. Der ist schon tot. Der ist verbrannt. Ich habe weggeburnt. Babi-Boo. Hello. Die Kammerjäger sind da. Solchen räuligen Holzspießen, weißt du. Vor allen Dingen brennen die unendlich lang. Ja. Apropos brennen. Ich kann ja mal einen Molli schmeißen. Apropos. 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 Warte mal, hier waren wir doch eben. Was ist? Hier sind wir doch von da gekommen, meine ich. Hier waren wir eben? Ja. Wo geht es jetzt nochmal raus? Was ist denn hier hinten? Gar nichts. Hä? Mene, wo geht es jetzt raus? Ich weiß nicht, dass wir hier waren. Aber wir sollten jetzt auch schon mal so was. Ich sehe mit dieser Drecksfackel auch nichts. Hier sind wir doch reingegangen, oder nicht? Guck doch mal. Da ist uns aber schreckt. Da gibt es den Gang vielleicht mehrfach. Ruckel. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich glaube, wir müssen hier lang. Hier sind wir gerade gekommen, oder? Ja. Gibt es da noch eine Abzweigung? Ich gehe nochmal zurück. Ich bin so durchtig. Komm mit. Mene, wo bist du denn? Ich weiß es auch nicht. Ey, sind wir nicht her. Hier ist es schon richtig, glaube ich. Ach nee, hier sind wir auch einmal runtergerutscht. Ach nee, ey. Das ist doch Schwachsinn hier alles wieder. Gibt es denn hier nicht noch irgendein Seil eventuell oder so? Nee. Nee? Nee. Ich weiß es nicht. Ich hänge fest hier. Ach nee, 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 nee. Eckhard. Warum sind wir hier reingegangen? Nur wegen dieser scheiß Goldrüstung und Zwiebeln. Doch, hier müssen wir doch nennen. Die Folge ist zu Ende, liebe Leute. Jetzt komm, lass uns hier noch aus der scheiß Höhle raus. Das werden wir nie schaffen mit dieser Folge. Ach, papperlapapp. Papperlapapp. Wir haben da unseren Oberscout Mene mit dabei. Der bringt uns wieder heil nach Hause. Papperlapapp. Es gibt keinen anderen Weg, außer den, wo Mene jetzt steht. Ja. Papperlapapp. Irgendwie schiebe ich hier ständig Gänsehörer, weil ich gefühle, hinter mir sind irgendwelche Geräusche. Echt? Ja, da vorne ist einer Mene. Der Bastard hat er. Steht er hier rechts? Immer auf den Kopf. So. Oslag. Der ist tot. Jetzt glaube ich, habe ich volle ständige Rüstung. Ich habe ihn mal links gegangen. Da vorne schimmert noch was? Schimmery Gloom. Schimmer, Schimmer. Schimmery Gloom. Hier läuft gerade die Klospülung. Mhm. Ihr seid irgendwie ganz woanders. Ich bin mal links an der Wand entlang gegangen. Immer links. Ja, ich bin rechts. Aber ich komme dann auch zu euch. Hallo. Ich glaube, wenn wir unter Wasser jetzt links müssen, dann sind wir doch gleich wieder am Ausgang. Müssen wir, ne? Okay. Ja, weiter runter und links oder? Ja, Brille ist ja schon geschwommen. Oh, jetzt wurde mein Lufthang von mir removed. Ne, meiner ist jetzt gleich 50%. Meiner ist für die volle. Aber hier waren wir doch auch schon, wo die Skelette jetzt hier drin hängen, oder? Ja, das ist wahrscheinlich auch aus der anderen Richtung. Hier sind aber jetzt diese Stühle. Ah, okay. Sind wir im Wohnzimmer? Äh. Hier sitzt noch einer. So. Geil? Ich habe ein Nachtsichtgerät gefunden. Ah, ja, genau. Ja, ich weiß. Das ist richtig scheiße. Warum? Ja, mach mal an. Und dann gucken wir mal zu mir. Ja, warte mal. Wo liegt denn das Moped hier oben? Ja, gut. Ihr müsst die Dinger halt ausmachen, ne? Die Lichtquellen, ist klar. Ja. Ja, aber das ist trotzdem nicht so geil. Warum denn? Das ist doch mega. Oh, hier geht's ja raus. War das direkt nach dem Nachtsichtgerät? Oder haben wir die... Oh, jetzt sagt nicht, dass... Wie machen wir das Ding wieder runter? Ich meine, wir werden hier durch... Ja. Ne. Da kommen Batterien, das Scheißdinger. Alles klar. Okay, ich bin komplett blind wegen Nachtsichtgerät. Wie machen wir das Ding wieder runter? Probier's mal mit... Ähm... N? Wie? Nachtsicht? N? G? L? Ah, L. Okay, L ist es. Ah, ja. L. Okay, wir sind draußen. Cool. Okay, können wir jetzt hier die Folge beenden und dann... Äh, warte mal. Wir müssen jetzt mal diese Höhle, diesen Eingang markieren irgendwie, dass wir da nicht ewig immer dieselben Höhlen reinrennen. Leg jetzt hier so ein GPS-Ding hin, oder was? Ja, aber das ist ja hier der Ausgang, nicht der Eingang. Ja, ist doch egal. Kannst du auch als Eingang sehen. Wie, was machst du? Was legst du denn dann da hin? Eins von diesen GPS-Dingern, die wir eingesammelt haben. Was, wie sehen die aus? Mit so einem X. Die sind nämlich im Koffer. Aber wie kann ich das jetzt hinlegen? Ach da, ein GPS-Peilsender, alles klar. Wie kann ich das jetzt hinlegen? Mit X vielleicht, oder? Oder mit... Linker Maustaste? Ne. Ah, nice. Warum liegt hier rohes Fleisch rum? Wie kann man das nicht festmachen? Weil ich das getroppt habe. Verstehen wir uns nicht. Ich habe das jetzt in der Hand, aber ich kann irgendwie nichts damit machen. Kannst du es wegschmeißen mit X, oder was? Wenn dann mit... Mit X, ne. Oder womit schmeißt du Sachen weg? Jetzt, mit G habe ich es, oder? Mit G. G wie hinlegen. Hast du es aber nur weggelegt. Naja, ich habe es, glaube ich, nur wieder zurück ins Invertar gepackt. Oh. Wie kann man die denn verwenden? Kann ich denn? Schreibt es in die Kommentare und lasst uns einen Daumen nach oben und ein Abo da und eine Lebenszeit. Eine Lebenszeit, ne. Naja, eure Lebenszeit bei Betracht beim Gucken unserer Videos. Na klar, Mann. Seid doch nicht schnell. Ich stelle die noch nicht mehr so an, Miene. Jetzt sind wir halt wieder hier komplett im Nirgendwo, ey. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Ich glaube, wir sind dann da in die Höhle hinten gegangen. Kann das sein, die man jetzt sieht. Boah, hier, irgendwie habe ich gerade hier krasse Grafik-Aussätze. Da gehen wir dann auf jeden Fall nicht rein. Ja, ich auch. Habt ihr auch die Grafik-Aussätze. Und wenn wir von hier mal Richtung... Was ist denn die weiße Höhle da im Schnee? Lass mal da hingehen. Da waren wir auch. Da waren wir schon. Da waren wir vorher, bevor wir hier hingegangen sind. Nein, wir sind ja hier rausgekommen. Ja gut, ey. Wir können ja nur mal reingucken. Nee, ich gucke nicht jetzt noch mal. Lass mal jetzt... Machen wir mal die Folge zu Ende. Machen wir die Folge erst mal zu Ende, ja. Danke fürs Zuschauen. Ja, episch. Echt episch. Beste Upmod ever. Ey, wirklich. So viel, ciao. Macht's gut. Fürth die.